Schwupp. Autsch. Oh, das war aber gut gerettet. War halt echt gut gerettet eben. Genau. Oh, da hat ich falsch drauf landet. Das ist halt weh. Alles klar, Evo. Machen wir alles kaputt wie immer. Ja, aber reicht trotzdem nicht. Sei gegrüßt, Evo. Neue Geschäfte, neuer Reichtum. Äh... Okay. 40... 40 davon, 80... 60, 60, 70... 80... 80... Sagen wir mal das hier. Mal das. Mal das. Mal das. Mal das. Mal das. 80... Ah, 70... Mal das. Ja, das ist halt für die Bekantheit. Ja, ich kann da nicht, aber komplett machen. Das, das... Mal das. Mal das. Mal das. Mal das. Mal das. Mal das. Mal das auch fertig. ist doch nicht... Aber ist so... auch noch mal so. Die sind fertig. Die sind fertig... Okay. Vielleicht genügt das. Immer eine Freude. 4 von 5. Konstantinopolis. Okay. Mante des Helden von Düfflen. Hm. Glaub ich, wir kommen dazu. Okay. Es geht schnell. Ah, ich habe gern Besuch von Freunden. Viele Königreiche beneiden uns um unsere Waren. Okay. Das meiste sind eigentlich nur noch die Kleidung. Ach, guck mal. Und hier ist noch was zugekommen. Na gut. Uiuiuiui. Was ist das? Heuer Spucker steigen Kopf. Okay. Okay. Na gut, ist da noch was zugekommen. Zack. Noch einmal kompletieren. Okay. Okay. Das war... Das war... Machen wir das noch. Nun gut. Dann bis demnächst. Okay, das hat noch nicht ganz gereicht. Ja. Ich will mal ganz kurz gucken. Okay. Ah. Momentan. Ich sag mal. Ich will mal einfach Krieg, ey. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Hm? Dann haben wir noch hier. Okay. Und hier. 260 haben wir jetzt. Waren das 70? Hm. 140. Müsste das eigentlich reichen jetzt? Eigentlich. Ah. Warte mal. Das hatten wir. Das war... Das war... Das, das und das. Mal gucken, ob es da wirklich reicht. Hm. Kriegset kostet 140. Hm. Ich glaube, die Versorgungsflager sind billiger. Ich glaube, die kosten nur 70. Ich weiß nicht. Hm. Okay. Ja. Hier baue ich halt die beiden Versorgungsflagge aus, einmal. Und das andere mache dann, wenn wir die Ressourcen haben. Sollte eigentlich nicht allzu lange dauern. Aber in der Zeit kann ich erstmal noch eine andere Kürze machen. Plus zwei Minuten. Plus zwei Minuten kriegt man so... ...eine Kostbarkeit. Hm, genau, 70. Haben wir noch 20? Dann können wir noch 120 noch. Dann haben wir das auch komplett. Ja, hier kann man halt echt... ...un sich voll aufladen. Ist auch geil. Ist auch ganz cool gemacht. Okay. Wie soll ich hier mal noch haben, ey? Was? Nein. Weg. Plus zwei Minuten. Ihr glaubt, durch die Weckerhütte war bloß eine Minute dazu, ne? War bloß eine Minute. Okay. Dann sprechen wir mal. Mit Flam. Scheinlich da oben, oder? Da, wo wir waren. Würde ich mal sagen. Na, 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 na. Wow. Wie nett. Latrinen Gesicht. Alles klar. Mich auch. Haltet euch bereit. Bald geht es los. Was geht los? Das fehlende Glied ist erschienen. Willkommen, Eivor. Flan. Das könnte ein nordisches Kriegslager sein. So viele gestandene Männer. Das sind die Früchte deiner Arbeit. Die Könige, denen du geholfen hast, haben Männer und Vorräte entsendet. Ich danke dir. Danke mir später. Eine Schlacht steht bevor. Wohl wahr. Dein Shatter wartet im Zelt des Befehlshabers auf dich. Ich komme nach, damit wir planen können. Neues Bündnis. Südkisches Heer. Okay. Stärke sein. Beherrscher-Punkte. Ups. Ich drücke auch immer falsch. Hat sich auch nichts kennen, dann. Gleichmäßig verteilen ist eigentlich was Besseres. Okay. Deswegen kann man hier auch schon Dinge annehmen. Ach, Eivor. Sieh dir das an. Ich bin Teil von Flans Kriegsrat. Nicht schlecht für einen Nordmann, was? Du hast dein Vertrauen gewonnen? So würde ich das nicht sagen, nein. Er ist eher argwöhnisch, aber... Er braucht mein Heer. Also erträgt er mich. Tapfer von ihm. Dabei stinken Wikinger doch so. Mein König. Wir sind bereit, Eilach einen schweren Schlag zu versetzen. Doch unsere Feinde sind gewarnt und werden sich in großer Zahl versammeln. Kaschelbier liegt zwischen Ullit und Kornachter. Die Übernahme der Festung würde sie voneinander trennen. Kaschelbier ist der Zugang zum gesamten Norden. Eine beeindruckende Feste an einem steilen Abhang. Es muss unser sein. Aber genau aus diesem Grund, Herr, wird es uns viel kosten, sie zu stürmen. Wieso stellst du dich immer gegen mich? Der Verlust meiner Männer ist ein akzeptabler Preis. Nach dem Sieg werden sich mir viele neue anschließen. Handle mit Bedacht, König. Dein Ehrgeiz könnte dir die Vernunft trüben. Wie lautet dein Rat, Eivor? Klugheit über Kühnheit. Ein einzelner Späher schlüpft hinein und zerbricht das Torschloss. Dann folgt die Flut unseres Heeres. Es ist einen Versuch wert. Du scheinst mir das rechte Gefühl dafür zu haben. Ich wähle dich als einzelnen Späher. Eivor? Eine gute Herausforderung. Eine der unseren Wacht nahe dem Kastell. Sie könnte dir hilfreich sein. Oh ja, wieder klar. Wer muss das natürlich wieder machen? Oh yeah. Ey, das wollte ich doch... Nicht. Ich wollte was anderes grad gucken. Natürlich. Das bringt Eivor dann immer wieder runter. Diese Steuerung. Man liebt und hasst sie. Ich bring das hier. Ja. Genau so wollte ich das machen. Ohne mir alle Knöpfen zu brechen. Da oben ist die fest. Da müssen wir nämlich hin. Nee, 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 nee. Ich erwartet habe ich doch auch schon, dass das kommen wird. Naja. Dann machen wir das mal. Wir werden wahrscheinlich eher erwischt. Dann sucht die Fleene-Spärerin auf und sprich mit ihr. Hm. Hier ist wo? Okay. Na, das ist halt genau das. Ja, ich... Das hasse ich auch wieder. Wenn du gehst auf die Karte, gehst raus und dann bist du sonst wo. Mit der Kamera. Oh man. Ich glaube, ich rete falsch, oder? Naja. Querfade geht auch. Querfade ein. Warum habe ich schon wieder so einen Ohrwurm davon? Naja. Ich hoffe, ich rete auch richtig. Bin ich. Okay. Überblicke das Land, Freundin. Hm. Für die ist es nicht mehr. Diese Mammon könnten den Göttern trotzen. Die werden sofort angreifen. Na guck mal. Was ist denn? Plünder. Ich treffe erstmal die Kisten nicht. Ach nee, das ist nichts nach Rennen. Okay. Ich hab noch nicht. Hey, bist du Pflans Späherin? Wie verwegen von dir, dies hier so offen zu fragen. Ja, die bin ich. Wie schaffe ich es in diese Feste? Allein? Du könntest versuchen, die Mauern zu erklimmen. Das wäre jedoch recht tollkühn. Kommt man irgendwie ungesehen hinein? Es muss da unten einen Weg geben. Die Baumeister verstärkten dort die Mauern. Eingerissener Nordmann mit der richtigen Ausrüstung könnte einen Zugang finden. Gut, dass ich da bin. Hm. Okay. Alles meins. Dann gucken wir mal, ob wir durchkämpfen. Wahrscheinlich. Hm. 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 Okay. Ja, bis jetzt noch gar nicht gesehen, dass da bin ich rumfliegen. Aha. Hat vorbeigesprägt. Ich liebe es. Klar. Nimm doch die Leiter. Nicht. Hm. Hm. Okay. Hm. Okay. Hm. Der hat ruhig können hier. Muss vorsichtig sein. Der ist da hinten. Ah! Hm. 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 Nein. Das mache ich jetzt nicht. Oder doch? Moment. Verleih mir Stärke! Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Ich bin auch weg. Hm. Hey, boah. Okay. Man findet hier keine Ruhe. Nö. Hey! Kannst du Ruhe haben? Kannst du Ruhe haben? Hey! Kannst du Ruhe haben? vielleicht er ist ja man sieht mich hier nicht ok und zusammenöffentlich Hier war was. Hallo. Einige habe ich ja schon getötet. Mann, das steht mir doch nicht im Weg drauf, ey. Wir sind da auch nur so nett. Hi. Und tot. Ja. Gehen wir hinter der Mauer noch mehr, ne? Bleib stehen und sterben. Gemeinsam schaffen wir das. Ehrlich. Ohoho. 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 Danke, Evo. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ohoho. Die sind so... Die sind so doof. Können die nicht kämpfen oder so? Ach, man. Mann. Gott wird uns nicht verlassen. Du entkommst nicht, du räudiger Schöker! Ach, wir sterben. Wieso? Ohoho. Sterb. Abgefackelt. Hey, Evo. Komm, hilf mir, sie zu öffnen. Leuch. Ich hab hier noch was zu holen. Oder auch nicht. Na gut, dann nicht. Ich hab keinen Bock, den Eingang jetzt zu suchen. Ach, da bist du. Hier drüben ist nichts. Okay. Sie gehört dir. Stürmt die Feste! Zum Sieg! Bleib zurück, sonst tust du dir weh. Oha. Oha. Okay, was war das? Tschüss. Na komm. So. Ich hab ihn auch falsch gedrückt. Eigentlich wurde ich gleich in Flammen, aber ich hab ihn weggekickt. Klan! Achte auf deine Seite! Voran, Evo! Voran, Evo! Hier ist was. Du wirst mich nicht los! Voran, Evo! Voran! Leiche! Hä? Wie gut geht das? Du bist tot! Oh! 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 Geh weg! Ach, warte mal! Ne! Okay! Wie kriegt man das denn auf? Oh! Oder kann ich das durchschieben? Ist das dein Ernst? Lass mich hier nur holen. Ich versuch hier grad durchzukommen. Okay. Weiß nicht viel. Aber erstmal nehm ich das hier mit. Deswegen. Alles klar. Ich bin auch manchmal so geklappt. Oder? Ja. Komm da hoch! Tschüss! Wiederbeleben. Wiederbeleben. Werde halt jetzt so gut im Geimpfen ist. Scheinbar ja. Wow. Wird doch sterben, Alter. Autsch. Na komm hoch. Ist das dein Ernst? Er kann auch nicht kämpfen, der Typ, ne? Hallo. Autsch, lass mich los. Jo, ist klar. Ich sterbe. Kommen sie noch her? Da irgendwo liegt der Schminder gleich rum. Hallo. Wir haben gar nichts mitbekommen. Soll ich bei dir. Bleibt auch hier. Meins. Nein, Evo. Hallo. Wer ist das? Ist das dein Ernst? Sieht er das nicht? Mann, Champions ist ja noch echt hohl, ne? Festung Erobert. Gassiel Bier. Oder Gassiel Bier. Keine Ahnung. Schminder. Schminder. Auf eine wohlgekämpfte Schlacht und wohlvergossenes Blut. Auf Irland. Schminder. Noch einen Kelch, mein König? Wo ist unsere Hofdichterin? Dies verlangt nach einem Lied. Du musst unbedingt mit ihr sprechen, Evo. Kira, ist sie hier? Ich begrüße ihre Ankunft. Sie wird Baumeisterin meines Roms in ganz Irland sein und ihr Lied in jedem Dorf und Weile erklingen. Und du, mit deinem scharfen Blick, kannst Beispiele meiner Tapferkeit geben, der all meiner Krieger, auf das sie daraus ein Erzählgedicht schaffe. Ich überbringe ihr deine Nachricht, mutiger König. Baruth, du verdienst noch einen Trunk. Und du ebenso. Komm auf einen weiteren vorbei, bevor die Nacht endet. Okay, jetzt haben wir hier auch, glaube ich, so einen, ne? Genau. Und erstmal moin das da. Du hast sie sicher nicht versteckt. Hilf mir, sei in meiner Augen. Ja. Wie gesagt, erstmal will ich es rechnen. Hm. Mhm. Vielen Dank.